Vielleicht hast du gerade erfahren, dass du in diesem Schuljahr ein Schülerpraktikum machen musst. Wenn du dich fragst, was das genau ist, dann schau dir doch dieses Video an. Ich erkläre es dir. Das Schülerpraktikum findet zwischen Klasse 5 und Klasse 10 statt, normalerweise jedenfalls. Je nach Schule und Bundesland gibt es ganz verschiedene Praktika. Praktika ist übrigens der Plural von Praktikum. Es gibt den Girls' Day, den Boys' Day, ein Sozialpraktikum, ein Betriebspraktikum, ein berufsorientierendes Praktikum oder einfach nur ein Schülerpraktikum. Und vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Für alle Praktika musst du dich bewerben, sonst bekommst du den Platz nicht. Wie das genau geht, kannst du hier in diesem Video erfahren. Das machst du am besten so früh wie möglich, damit du auch den Platz bekommst, den du gerne haben möchtest. Das sollte deine Bewerbung enthalten. Wie das geht, habe ich in diesem Video sehr ausführlich erklärt. Unbedingt musst du dein letztes Zeugnis dazulegen und ein gutes aktuelles Foto von dir. Schreibe deine Bewerbung am PC und speichere alles zusammen als PDF ab. Sowohl dein Anschreiben als auch dein Lebenslauf. Das Ganze schickst du dann als E-Mail mit einem kurzen Anschreiben an deinen ausgesuchten Betrieb ab oder an mehrere, falls du dich bei mehreren bewirbst. Du könntest zum Beispiel in die E-Mail schreiben, sehr geehrte Firma, anbei erhalten Sie meine Bewerbung für ein Praktikum. Über eine Zusage würde ich mich sehr freuen. Und dann natürlich noch dein Name. Tipps für deine Bewerbung Erstens, wähle eine gut zu lesende Schriftart, zum Beispiel Arial oder Times New Roman. Die Schriftgröße sollte elf oder zwölf Punkt sein, so ist sie am besten zu lesen. Und achte auf die Seitenränder. Links 2,5 cm, rechts 1,5 cm und oben und unten jeweils 2 cm. Natürlich solltest du keine Rechtschreibfehler machen. Schau dir an, wie du einen Lebenslauf und ein gutes Anschreiben verfasst. In diesen zwei Videos habe ich es erklärt. Dieses Video ist von Lernförderung.de Und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere gleich unseren Kanal, dann verpasst du nichts mehr. Viel Erfolg!